also was soll ich euch sagen wieder Intro wieder keine Idee Pifa läuft nicht mehr Silver 1 in der Regenning kein Gold 3 vielleicht holen wir mehr Wäppige Einker besser viel Spaß beim Video, let's go Ja Jungs und Servus zurück auf Foboxen und wie gesagt wir kommen heute zur neuen Folge äh zur neuen Folge des 40 Dream Team Gaps wie gesagt heute steht schon Folge 4 an das heißt die vorletzte Folge wird heute aufgenommen und ihr seht hier jetzt also ich wünsche euch viel Spaß dabei wie gesagt ihr seht wie immer hier so das Paar eingeblendet für was ihr euch entschieden habt und welches das ist das werde ich euch jetzt einmal zeigen und ich wünsche und ich hoffe lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach Abonni-Tag in den Kanal gewährt sein Glocke um nichts mehr zu verpassen von Foto Team Gap oder auch die Regennings-Games oder auch die Twitch Streams alles dazu Link unten in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen dann starten wir rein und ich zeig euch mal und mal gucken was unser oder wer unser erster Gegner wird so erster Gegner ist gefunden mal gucken was er für Team hat ich nehme da so'n scheiß Team Hisham Wang Huntela The Brune World to the Fa- wat is dis? Klostermann Trap Gold? Hä? Full Bundle- hä? Hä? Was ist das denn deine Mission Gegner? MPP! Let's go! Das sind doch die ersten Münzen! Mann! Alter, ich fick doch mein Leben, Decker. Cool, was macht? Kenny, Kenny, Dorkelsch, Digga, was ein Toreger, endlich. Geht doch, Mann. Kenny, Alter, das kannst du doch keinem erzählen. Dorkelsch, let's go! MPP! Let's go! 4-1! Ja, Mann! Dorkelsch, ja? MPP? Ja? MPP? Ja, MPP! Da ist doch der Dreierpack! Und jetzt noch der Rage-Gedob drauf, come on! Dann sitzt das Münzen safti saftig! Hahn, geh raus, komm! Hahn, Jemmy, geh raus, komm! Weg mit dir! Ich nehme nochmal 60k mit für den Rage-Gedob, come on! Bis raus! Jawohl! Let's go! 60k, nehmen wir mit, rechnen zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder im zweiten Spiel. Bis gleich! Landet bin! So, nehmen wir kurz nochmal hier, zahlen wir nochmal durch und vier sind wir. Ist in Ordnung, könnte jetzt ein ekliger nächster Gegner werden auf jeden Fall. Nehmen nochmal ein paar Punkte mit. Sind easy ran 1 die Woche. Und, ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Jetzt zeige ich euch kurz nochmal den Stat-Proof. Wir haben insgesamt 460k im ersten Spiel. Mal Stat-Proof hier nochmal und dann suchen wir uns den zweiten Gegner. Zweiter Gegner ist gefunden. Und, wir gehen rein. Maho, Dambaka, Digga. Eusebio, Ferdinand, Yashin, Mbappé, Les Melo, Dybala. Könnte eklig werden jetzt gleich. Mal sehen, was es wird. Wir sind noch zu spät. Hey, Mbappé, Mbappé. Mbappé. Erst nach 80 Münzen. Und ich weiß nicht, wie es Handhaben soll. Wenn du jetzt wirklich die ganze Zeit mir noch Tore schenkt, müssen wir es als Rapegut werden. Ja, Rapegut. Rapegut. Jetzt kannst du kein Mal erzählen, dass es ist abseits. Nein. Nein. Wechsel, Sebi, Alter. Fick. Gut. Nein. Das ist jetzt... Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du da übergibst. Bist du eigentlich des Geistes verlassen, Schiri? Wo leben wir denn hier? Ohne Witz, ich bleib stehen gegen dich. Ist mir scheißegal, ich bleib stehen. Ja, Digga, schießt jetzt hier mal in dein Palacio, Digga. Hier, komm. Komm. Wohin. Komm. Wohin. Zack an. Bitte rechts, Mitte rechts. Wohin? Wir tippen drauf. Seen. Seen Neymar. Seen Neymar. Seen Neymar. Seen Neymar. Seen Neymar P. Ohne steht 2-2. Let's go. Eymar P. Bist du doch. Da sind doch die mit 80k wieder. Kenni. Dog. Leisch. 3-2. Kenni. Kenni. Dogli. Schletzko. Let's go. Ich brauche noch mal 100k Münzen. Dann geh ich hier schon mal nicht mit dem Minus raus. Schon mal sehr gut. Ohnein. 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 Alter, das kannst du doch keinem erzählen. So, hier geht es rein. Ach, Digga, fick doch mein Leben. Es war so auf Ansage, dass der reingeht. Scheiße. Wer, jetzt kriege ich noch eins, Alter. Dann fresse ich den Besen. Ja, noch eins. Geil. 6-3. So, hier geht's. No. So. ja ist das was ich gehe jetzt zusammen wir sind es lebt ja los wir gehen hier noch mal rein wie gesagt ich habe es gesehen dass ich noch zwei spiele ich habe also alles korrekt ich gehe auch noch mal auf den stat-proof ein werden insgesamt 430 kam es spielt ist halt mager aber man kann auf jeden fall etwas anfangen bin ich ehrlich ja dann werden wir gucken wenn wir uns jetzt werden wir uns jetzt holen und dann sehen wir uns auf jeden fall gleich wieder ja bis gleich hier hast du dir wieder die möglichkeit ein paar zu wählen und zwar die möglichkeit zwischen paar 1 gosens food freeze sehr leise karte ich mal bock zu testen und dafür müssen wir uns halt neuer ins tor holen wie gesagt dann müssten wir in der zweiten in den verteilen auch mit einem deutschen gehen und ich denke vielleicht kommen wir nicht alle auf full cam aber mal sehen aber solange wir auch von der chimie kommt ist das ja in ordnung oder in part 2 und zwar alison 90 und daily food birthday 87 vorseitiger von manchester united sieht auf jeden fall sehr sehr nice aus und da hatte ich auch bock den mal zu spielen wie gesagt beide paar habe ich so noch nicht gespielt dieses jahr deshalb dürft ihr entscheiden welches paar wir nehmen sollen und entscheidet ruhig wie gesagt leicht wieder die kommentare und ich würde sagen lasst ja gerne ein däumchen abonniert sehr gehen dass keine nach der gtbc glocke und ich würde sagen ich bin raus macht's gut haut rein und ciao